Herzlich Willkommen zum Pilates Bootcamp. Ich bin Juliana Afram und das ist Toni Rockhoff. Zusammen haben wir ein innovatives, neues Pilates Workout für euch gestaltet. Das Pilates Bootcamp. Das Training ist ein High-Intensity-Training, das sich an den fortgeschrittenen Teilnehmer richtet. Und für alle die, die gerne schwitzen und ein bisschen mehr tun möchten und mal wieder einen neuen Anreiz wollen, ist das genau das richtige Workout. Viel Spaß beim Trainieren. Ein- und ausatmen. Die Beine sind auf Höhe deiner imaginären Fußstütze, also Unterschenkel parallel zum Boden. Pause. Leg den Oberkörper ab. Atme tief ein und aus. Die Fersen bleiben die ganze Zeit in der Luft und zipp die Beine zur Mittellinie. Schau nach vorne, atme ein und atme aus. Ganz leicht springst du auf und ab. Ein, ausatmen. Bring die Arme oberhalb der Bauchdecke dicht nach oben. Jawohl. Wie Drumsticks auf deiner Bauchdecke trommelst du nach oben drauf und vertiehst bei jedem Ausatmen die Bauchmuskeln nach innen oben. Du atmest ein, zählst in Gedanken bis fünf. Atmest aus, zählst in Gedanken bis fünf. Sehr schwer. Gewicht auf den Schultern. Beug die Knie. Roll kontrolliert nach unten. Steh auf, komm in den Stand und wieder setz dich zurück. Wunderbar. Mit Kontrolle rollt tief Knie zur Brust. Kopf ablegen, während du die Beine nach vorne vertiefst. Die Bauchmuskeln, bring die Hände an den Hinterkopf, hebe den Blick und komm genau in die Kniebeuge. Und dann springen und wechseln. Du landest in der Kniebeuge. Und noch einmal wechseln. Halte kurz hier. Schau, dass dein Knie bitte hinter der Fußspitze bleibt. Genau hier unten bei deinem hinteren Bein bleibst du im rechten Winkel. Und wieder wechseln. Ja, das ist der Kniebeuge. Ich schau, dass dein Kniebeuge. Das ist der Kniebeuge. Ich schau, dass dein Kniebeuge. Vielen Dank.